Einen wunderschönen guten Morgen zu einem besonderen Event. Wir dürfen heute den 500. LTM 1500 Strich 8.1 hier aus einem unserer Hallentore herausrollen lassen. Der Rollout des LTM 1500 Strich 8.1 kann beginnen. Dass wir heute hier stehen und das 500. Gerät an Riga Mainz übergeben dürfen, freut uns sehr. Das Unternehmen Riga Mainz erwarb im Jahre 1985 einen Mobilkran LTM 1060 und in den Folgejahren über 100 weitere Liebherr Krane. Vielen herzlichen Dank dafür. Wie Sie uns wissen ließen, ersetzt dieser LTM 1500 Strich 8.1 ein Gerät gleicher Baureihe, welches über 14 Jahre hinweg gute Dienste geleistet hat. Somit können wir sicher sein, dass wir unser Gerät in gute Hände abgeben und wünschen Ihnen damit weiterhin viele effiziente und erfolgreiche Einsätze. Wir haben ja jetzt im Vorfeld den gleichen Krantyp schon 14 Jahre erfolgreich betrieben. Der Kran war wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ausfälle. Ich kann mich kaum mehr erinnern, dass es so etwas gegeben hat. Und jetzt, ja, nach 14 Jahren musste man den Kran jetzt erneuern. In Chemiefirmen gibt es gewisse Grenzen. Dürfen Sie am bestimmten Baujahr so einen Kran nicht mehr einsetzen. Und, ja, jetzt haben wir nochmal einen neuen Kran gekauft. Wir haben ein paar Projekte mit dem Kran gemacht, gerade eine Chemie, Tandemhübe und so weiter, wo es wirklich auf Zuverlässigkeit von der Maschine ankommt. Und, ja, ich kann das nur wiederholen. Der Kran hat wirklich sehr, sehr erfolgreich bei uns gearbeitet. Und, ja, ich kann das nur wiederholen. Also, ja, ich kann das nur wiederholen.